Hey ho, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Wolf mit dem Flo und mit dem Matschekopf und mit... Ronja, schon mehr! Ronja, schon mehr! Guck mal, was ich machen kann! Go! Oh nein, jetzt hast du ihn nicht gesehen! Was hast du gemacht? Okay, guck mal her! Soll ich jetzt zeigen, was ich machen kann? Ja! Guck mal! Hä? Hä? Er hat seinen Skin getauscht, er hat den Kopf andersrum gemacht! Achso! Ah, okay, I see! Ah, voll witzig! Ich mein, man kennt's, ne? Ich hab'n Holzschwert, liebe Freundin! Es ist Tops! Es ist Tops? Ich bin's nicht, nein, ich hab... Oh, Tops hat so richtig so'n Lachen in der Stimme! Es ist safe, Tops! Es ist hundertprozentig, Tops! Ohne Mist, Tops! Es war grade so obvious, wen willst du anlügen? Es ist Tops! Okay, wen... Äh, warte mal, warte mal, warte mal... Oh, meine Map bläht nicht! Oh, das ist nicht gut! Schimpf mal mit ihr! Ja, genau, Floor! Au! Tops! Wo bist'n du? Er ist oben drin, Juren! Es ist einfach safe, Tops! Ohne Mist! Das Lachen hat irgendwie alles weggegeben! Genau, alles weggegeben! Ich hab' mir so hier ein Gän geschlagen, weißt du, weil... Äh... Warum... Warum... Warum darf man Juren nicht schlagen? Versuch'n sich rauszureden! Juren ist es nicht! Juren ist es nicht! Wir haben grad den, äh... Wolf fallen-Test gemacht! Wolf fallen-Test? Ja! Okay, dann... Du hast den Knopf nur aktivieren, wenn du ein Wolf bist! Und Juren... Stopp's hier! 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 Ah! Hä? Ich glaub... Oh! Ich glaub... Flo合- Das ist hobelgeäufig! Ist Flo wieder... Awak, oder? Tobis, ist Sloada wieder belittiert? Oder Tobis? Ich hoffe aber nicht das Tobis ist! That Tobis wieder belittiert? Warte mal, was glaub ich mir jetzt? Den Buben Master! Jetzt geh' ich erstmal in meinen allied Secret Und noch ein Exo-Panzer, kann man sicher mal gönnen Macht mich stärker! Warte! Ich brauche nichts, ich brauche nur das und warte mal, ich könnte beides nehmen. So, wo bist du? Ich brauche Gold. Ich brauche Gold. Ich kann dir Gold geben, Julian. Ich brauche aber trotzdem Gold. Ich kann dir Gold geben, kein Ding, ich helfe doch gern. Ich habe 35, können wir damit jemanden wiederbeleben? Äh, fast. 45? Ich habe 30. Okay, kein Ding, ich komme. Wo bist du? Ich bin hier. Wo ist denn hier? Mitte? Ich habe gleich 40 Gold, äh, gleich 60 Gold. Warte, warte, ich kann dir was geben. Kein Ding, hier. Okay, weiter. Dim, 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 dim. Aber es war wirklich verdächtig am Anfang, Tops, muss man sagen. Oh, ich war doch gemütet. Hauptsache, Tops schreibt mir, ich hoffe, dir platzt ein Schnürsenkel. Ja. Oh, Tops, das würde ich nicht mal beim schlimmsten Feind wünschen. Tops, das habe ich gesehen. Was ist denn? Flo! Flo, 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 Flo! Das ist dieses Tops. Weißt du? Das nehme ich jetzt in Kauf, okay? Hast du ihn einfach gekillt? Nein, er hat mich richtig noch runtergeschlagen am Anfang. Hast du ihn einfach gewöhnt? Das ist mit Absicht. Das ist mit Absicht. Das ist mit Absicht. Weißt du? Weißt du? Du schreib genau, dass er mir noch was hat. Was nehme ich? Was nehme ich manchmal in Kauf, okay? Große Abstriche machen, ne? Ich gucke jetzt, ob mit irgendeiner von nichts, was mir was ist. Wo muss der Schaum drauf bleiben? Tja. Aber weißt du was, ich werde dich wieder beleben. Aber das hat sein müssen. Das hat sein müssen. Für die Kill-Coin, ha? Richtig. Für die Kill-Coin. Vom Tobias. Wir können einen Test machen. Ich bin's nicht. Komm mal zu dem Zapper. Das siehst du nämlich, ob er es ist. Warte, 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 wo ist denn der Zapper? Auf welcher Seite? Was bist du Tobst? Hä? Was? Was bist du? Ich bin sowas wie ein Enderman-Praktikant. Ich bin sowas wie ein Enderman-Praktikant. Ich bin sowas wie ein Enderman-Praktikant. Deswegen. Du was? Habe ich nicht. Keine Schuld. Tatsächlich. Oh, oh. Okay, ich gehe jetzt ein Gäbel ein. Oh, Mann. Dann kommt doch zum Dings! Ich beweise es euch! Habt ihr die Enderman-Praktikant. Rolnja, Flöhmischte sogar, dass wir zu ihm gehen, damit er es einfacher hat uns zu töten. ja schon ein holzschwert aber es ist meine analyse nach ist es ja ja dann kommen wir ja dann siehst du dass ich nicht bin welchen knopf drückt bei dem ist der ding so beim marktplatz wasser beim top stink schild wo ist das top schink stellt weiß ich nicht ich sehe floh ich sehe floh ich sehe floh und so kommen und mehr für einen einkommen ich bin jetzt in der mitte ja ich weiß ich weiß ich weiß ich habe mir jetzt eine heavy duty wo seid ihr denn ich kann machen oder doch gar nicht dann drückt man auf ok du bist so ein kleiner ich bin doch auf dem marktplatz was kann man sich noch gönnen mein problem mit der heavy duty ist dass ich normalerweise nicht treffe auch was ich habe getroffen wie viele zwei stück aber die haben sich immer wieder ausgerüstet aus irgendeinem grund ich hatte zwei slimepads die waren leer aber die haben sich weiter ausgelöst ich war es nicht der gerade geschrien hat also wenn ich top wäre dann wäre ich jetzt mal geist ihr aufhören mein dumm schrei zu spermen ich bin kein wolf was mit euch flammkuchen ist es flammkuchen hallo flammkuchen flammkuchen ist richtig lecker jetzt habe ich hunger flammkuchen ist pizza eigentlich oder es ist so es hört sich auf wie ein pokémon flammkuchen ist flacher und da ist normalerweise so so nicht na tomatensoße drauf sondern eher so ja ich bin gefangen warum ich kann keine eifern kaufen einen shop packt ok dann gib mir emeralds dann habe ich doch kann ich den enderpferde geben nice so bist du wird einfach so ein lego ich denke die ganze zeit läuft falsch rum weil du mich die ganze zeit anguckst aber mein kopf ist einfach nur falsch rum drauf das richtig für uns so gefühlt sich voll beobachtet bist du erst die ganze zeit da er guckt die ganze zeit drauf was du machst aber eigentlich nicht was ist das für eine taktik ich finde den test der toaster ich gehe zum test der ich habe den weg gefunden sogar zum test der die wird im strang geschlürft ist wahrscheinlich jetzt jemand unsichtbar ich bin ein tester ich bin ein tester irgendjemand ist unsichtbar ich habe gerade die ich habe gerade hier so spuren am boden gesehen und da war kein skin wieso geht der nicht auf Tester ist zu Tester ist aktiv aber Tester ist zu gibst du meinen geheimcode ein kurz oh oh jetzt habst du den knockbackstab du musst hier du musst hier hör doch auf Tops habe ich geschlagen ich glaube es hat auch Flo geschlagen ich haue jetzt auf Tops drauf nein und ja abstand Tops oder Flo Tops oder Flo ok ich bin es nicht könnt ihr mir glauben ok ich vertraue Julian und Julian war nicht obwohl ich vertraue dir aber nicht ok dann töt mich doch oh Slime Pad ja warte Flo bleib mal stehen bitte hör doch auf ganze Zeit auf mich zu gehen so ok Flo wie viele Slime Pads hast du eigentlich schon wieder was ist denn da los du eins aber das löst sich oh komm her Flo komm bitte Flo wir müssen das testen Flo wieso stoppst du nicht wegen beim Slime Pad hör auf oh Rian was ist denn da los warte ich kauf mir jetzt mal ein Schwert oh du wisst wie viel Slime Pads war das 8 du kannst dich nicht kaufen Julian habe ich genug Endung killed oh nein ich hätte die Criticals gemacht die Criticals ja das ist Riff ich hab ne Lederhose ich hab noch ne zweite falls noch einer erinnern will Lederhosen ich hoff der äh ne Lederhose oh nein jetzt kommt ein aggressiver Tobias ich hoff er tötet mich nicht ich bin schon oft genug an ihm gestorben an dem Mistfeel ich weiß das war jedes mal wieder witzig nein every time vor allem vor allem jetzt bin ich Wolf dann hattest du keine Waffe in der Mist gestorben ja vor allem ne 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 der hat mich runtergeschubst das war auf dieser Skylands Map oder so und dann hat er mich runtergeschubst und dann blieb ich gefallen und dann war ich tot das war ich hab nach dem Fall in die Hose gepisst das war witzig du bist so weißt du Tobias ist wirklich so ein Mensch der freut sich am Leid anderer er ist halt wirklich so er ist ein Sadist er sagt ob die Leute auf dem Discord zu den Meister nennen ja genau und lass die komische Kettensägen-Sounds machen jetzt hast du mittlerweile schon die Discord-Rechte abgegeben jetzt sagst du schon die Leute auf seinem Discord ja es ist halt wirklich so es ist halt mit der Beine ja ah ich sag was über Tobias das glaubt ja keiner Hubs steht neben mir und schreib mich an Jules ich weiß wieso wird klappter schreit ich glaub in der Heavy Duty nein geh weg geh weg blödes dummes es ist Obst 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 wenigstens hast du es mal erkannt Rudi ohhhh goddamit ich weiß nicht ich kann dir sagen wo der aggressive Tobias ist ich hab mich nämlich ins Wasser geschubst oben ist ein Arm bei mir kleiner als der andere genetische Mutation wenn du zu kurz geraten bist dummes dummes ist der Tester aktiv? äh ich glaub nicht ne der ist zu oder Flo hat den kaputt gemacht er ist aktiv aber er ist zu ja Flo hat ihn kaputt gemacht nur mit euch jetzt schon wieder äh Julian äh 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 oh oh äh das ist nicht gut äh 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 ich bin irgendwie komisch rangezoomt gewesen äh Flo und Tops und Julian wo sei ich hier denn Tops du bist zum ich bin bei Ronja Ronja hat Ronja? ist aggressiver zu dir äh Flo nein oh mein Gott Tops glaub ich an nein ich glaub dir nicht an das ist Tops glaub ich an äh 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 Stop 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 100% ok sorry ich kanns grad leider nicht beurteilen dann würd ich sagen was hast du in dieser Folge du hast gewonnen? ich hab nicht gewonnen nein sie hat auf mich geschossen dann hat sie gesagt Tops greifen wir entfass ich hab nicht genug Damage gemacht mit der dummen heavy duty ich hab gedacht ein paar Schüsse bist du tot aber das war ein Irrtum naja passiert ähm wenn euch die Folge gefallen hat dann lass den da runter und dann macht's gut Ciao Ciao Ciao